Hallo, ich bin die Stefanie und meine Idee für Tirol ist, ein Oktoberfest zu werden in München. Warst du schon mal in München auf dem Oktoberfest? Ja, schon öfters. Und was hat dir denn da so gut gefallen? Ja, die Masse kriege. Einfach ein Bier ist gut da. Das ist so ein besonderes Bier. Ah, und glaubst du, man könnte jetzt in Tirol, würde das Bier dann gleich schmecken wie in München? Ich glaube schon, weil total viel da hinfahren, also aufs Oktoberfest. Und wo würdest du das Oktoberfest veranstalten in Tirol? Ja, vielleicht in mehreren Orten, aber am besten war halt Penningberg in Hopfgarten. Also ein riesen Oktoberfest in Hopfgarten. Ja, das war, glaube ich, sensationell. Und ich glaube, da kommen auch total viel aus ganz Tirol. Weil vor allem das Tirol, das zieht jeder gerne an. Also dann ist das dann ein Event geworden, das es gut auszüglichen kann. Also glaubst du, dass sich da viele Jugendliche freien Taten und Lärmung nach Hopfgarten fahren als wir nach München? Ja, weil das weniger weit ist. Vielen, vielen Dank für deine Idee. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön.